Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Silas und heute testen wir gemeinsam die EcoFlow River Max. Die Powerstation verfügt über einen 576 Wattstunden großen Akku und bis zu 1800 Watt Steckdosenleistung. Das gelingt über den neuen X-Boost-Modus, darauf komme ich aber später nochmal. Außerdem kommt sie mit einer vollfunktionalen App-Steuerung, super starken USB-C, LED-AGB-Beleuchtung und einem extrem leisen Lüfter zu euch. Ich habe mir heute die Powerstation mal richtig intensiv angeschaut und ihr mal alles abverlangt. Der Solagenerator wurde mir diesmal übrigens nicht von EcoFlow zur Verfügung gestellt, sondern von Wattstunde. Wattstunde bietet euch alles rund um das Thema Van-Ausbau, Powerstations, Wechselrichter-Solarpanels oder eben auch Balkon-Kraftwerken, das ja auch immer interessanter wird. Das Unternehmen sitzt hier in Deutschland und der Kundenservice nimmt sich bei Fragen super gerne eurem Projekt an. Jetzt schauen wir uns aber die EcoFlow mal im Detail an. Auf der linken Seite befindet sich unter einer schützenden Klappe ein Stromanschluss, über den ihr eure River ganz einfach ohne Netzteil aufladen könnt. Im Gegensatz zu anderen Powerstations ist das Netzteil nämlich in der Powerstation verbaut, was wie ich finde ein riesiger Vorteil ist. Aufgeladen wird die Powerstation mit über 500 Watt, was dazu führt, dass die River in einer Stunde zu 80% aufgeladen ist. Dabei müsst ihr euch aber keine Sorgen um die Batteriezellen machen, denn EcoFlow arbeitet hier mit einer von Haus aus höheren Spannung, was ja dazu führt, dass das länger lebt. Wem das trotzdem zu unsicher ist, kann in der App die Schonladung aktivieren. Hier lädt die EcoFlow dann nur noch mit 110 Watt und das ist auch praktisch für die Leute, die eh viel Zeit haben. Rechts befindet sich dann noch ein XC60 Solarpanel Anschluss. EcoFlow liefert hier euch einen XC60 auf MC4 Kabel mit, was euch eben ermöglicht jedes gängige Solarpanel anzuschließen. Über den Anschluss könnt ihr natürlich auch einen beigelegten KFZ-Stecker auf XC60 an eure Powerstation anschließen und das ermöglicht euch, das Teil auch im Fahrzeug aufzuladen. In der Mitte befindet sich dann eben noch eine Sicherung, die falls auslöst rückstellbar ist, also ziemlich praktisch. Außerdem befindet sich hier auch noch eine Erdungsschraube, falls Bedarf ist, könnt ihr hier auch ein Erdungsband anschließen. Auf der Vorderseite, die schauen wir uns jetzt an, findet ihr wie gewohnt eine LED-Leuchte. Die Taschenlampe besitzt aber leider keine außergewöhnlichen Funktionen, gedimmt hell oder SOS, könnt ihr hier über den Knopf einschalten, natürlich aber auch über die App aktivierbar. In der Mitte findet ihr dann noch drei USB-A Anschlüsse, wobei leider auch hier nur einer schnellladefähig ist. Bisschen schade, aber das sollte reichen. Die Anschlüsse werden zuverlässig automatisch zugeschaltet, also ihr müsst keinen Knopf mehr drücken. Verbraucher, wenn angesteckt sind, werden geladen. Genial finde ich persönlich hierbei noch den USB-C Anschluss, der bis zu 100 Watt hergibt. Daran könnt ihr dann zum Beispiel euer MacBook ohne Probleme aufladen. Rechts befindet sich dann noch der DC-Bereich. Überraschend ist, dass der typische Zigarettenanschlussdose hier mit 13 Ampere ausgestattet ist, was ca. 150 Watt entsprechen dürften. Dabei liegt die EcoFlow im Vergleich zu anderen Powerstations natürlich weit, weit vorne. Auf der rechten Seite befindet sich dann das AC-Feld mit zwei Steckdosen, die über den Schalter daneben aktiviert werden können. Also hier wieder über einen kleinen Schalter mit einer Leuchte. Der Wechselrichter gibt hier konstante 600 Watt her. Wenn wir schon über den Wechselrichter sprechen, EcoFlow hat sich ja was ganz Tolles ausgedacht. Den X-Boost-Modus, der ermöglicht euch Geräte bis zu 1800 Watt Leistung eben anzuschließen. Das funktioniert aber leider nicht. Einfach an jedem Gerät. Hier kann man sich grundsätzlich die folgende Regel merken. Wenn das Gerät keine Steuerung oder Display verbaut hat, also ein rein analoges Gerät, so kann der X-Boost-Modus verwendet werden. Die Funktion ist eigentlich ganz einfach. Das Gerät arbeitet hier mit einer Spannungsreduktion. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass die Spannung reduziert wird. Und der Wechselrichter hat dann eben keine 230 Volt mehr anliegen, sondern einfach nur noch 125 Volt. Und das ermöglicht dann eben Geräte wie Föhn, Heizlüfter, Heizluftföhn und so weiter, also alles typische analoge Geräte anzuschließen, die eben eine hohe Leistung haben. Der X-Boost-Modus kann natürlich ganz einfach in der App aktiviert werden. Ich habe aber auch tatsächlich auch ein Induktionskoffeld hier angeschlossen bekommen und das hat auch funktioniert. Schauen wir uns mal die App von EcoFlow genauer an. Leider müsst ihr euch als allererstes in der App anmelden, was aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig ist. Die Powerstation an sich wird über WLAN angebunden. Dafür besitzt die Powerstation einen kleinen Knopf auf der Vorderseite. Die App führt euch dann Schritt für Schritt durch. Alles sehr gut und vor allem für technisch nicht so versierte, einfach gelöst. Sobald ihr die Powerstation bedienen könnt und alles eingerichtet habt, erwartet euch eine sehr gelungene Ansicht mit allen notwendigen Informationen wie Ladezustand, Ladeleistung, Temperaturanzeige und Akkulaufzeit. Alle Funktionen lassen sich hier nochmal über die App einschalten und zum Beispiel die Lampe vorne direkt im richtigen Modus aktivieren, ohne durchskippen zu müssen. Natürlich lässt sich hier auch der Wechselrichter aktivieren und der X-Boost einschalten. Hier seht ihr dann live die entnommene Leistung an den Steckdosen, auch den LED RGB Streifen könnt ihr nach eurem Geschmack anpassen. Hier erwarten euch dann Funktionen wie Helligkeit ändern, Farbanpassungen bis hin zu Effekten, wie zum Beispiel eine Wave-Einstellung, also dass das hier dann so rumwavet oder pulsiert oder wie auch immer. Die App ist für mich als Spielkind natürlich ein absolutes Paradies. In den Einstellungen können wir dann viele verschiedene Einstellungen vornehmen. Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich anpassen, ihr könnt den Schonmodus beim Laden aktivieren, den ich natürlich anfangs schon mal erwähnt hatte und den schrecklichen Piepton, der hier bereits an den Tasten eingestellt war. Den kann man Gott sei Dank deaktivieren, der ist viel zu laut und unnötig. Ihr könnt Zeitintervalle noch einstellen, zum Beispiel wenn der Wechselrichter nicht benutzt wird, wann der dann automatisch sich abschaltet. Also ziemlich praktisch gemacht. Wer die Powerstation viel am Netz stecken hat, kann auch die Obergrenze des Ladezustands begrenzen, damit die Powerstation nicht immer nur auf 100% da rumsteht, sondern der Hersteller empfiehlt hier, dass man die Powerstation dann nur noch bis 80% Ladung hält. Und da kann man die Obergrenze eben dementsprechend auf 80% oder Tiefe anpassen. Ich habe mir sämtliche Messgeräte besorgt, um die Powerstation von EcoFlow so richtig an die Grenze zu bringen. Fangen wir mal an mit den USB-Steckplätzen. Hierzu nutze ich ein USB-Lastmessgerät mit 5 Ampere. Mal sehen, was jetzt hier die USB-Ports so zulassen und ab wann die Spannung einbricht. Die USB-Ports werden hier mit 3 Ampere angegeben und in meinen Tests schalten sie zuverlässig bei ca. 2,9 Ampere ab. Sehr gut gefällt mir hierbei, dass die Powerstation, sobald die Grenze erreicht wird, abschaltet und der LED-Balken so ein rotes Lauflicht abspielt. Das sieht richtig nice aus und vor allem signalisiert das, dass hier ein Fehler vorliegt, zum Beispiel in dem Fall jetzt die Überspannung. Bringen wir als nächstes den Zigarettenanschluss an seine Grenzen. Mein Messgerät hat hier die Möglichkeit mit 15 Ampere Belastung drauf zu gehen. Tasten wir uns mal ran und schauen, was hier möglich ist. Andere Powerstations kriegen ja hier nicht so viel raus. Mal schauen, wann die River abschaltet. Mit dem Testgerät habe ich auch die Möglichkeit, mit einem konstant eingestellten Strom, um in unserem Fall 8 Ampere die Leistungsangabe von 576 Wh zu überprüfen, die der Hersteller so angegeben hat. Hierbei ist zu beachten, dass die Powerstation natürlich immer vorzeitig abschaltet, um die Batterie zu schützen. Die Messwerte sollten daher zwischen 85 und 100% liegen, nachdem ich nun konstant mit 8 Ampere entladen habe. Komme ich auf einen gemessenen Wert von 505 Wh, was ca. 87,6 entspricht. Also 87% ist ein guter Wert, finde ich. Natürlich habe ich hier auch entnehmbare Leistung über die Steckdose gemessen. Hierbei darf die Verlustleistung des Wechselrichters natürlich nicht unterschätzt werden. Ich kam bei meiner Messung mit konstanten 140 Watt, die ich entnommen habe, auf gute 455 Wh, was 80% entspricht. Die Lautstärkenmessung darf natürlich auch nicht fehlen. Der Lüfter ist temperaturgesteuert und geht geräuschlos an und aus. Auf Volllast wird er dann hörbar lauter. Meine Messung ergab hier einen Geräuschpegel von rund 50 Dezibel. Der entnehmbare Akku ist natürlich auch noch erwähnenswert. Mit einem beigelegten Kreuzschlitz-Schraubendreher könnt ihr im Boden die vier Schrauben entfernen und den 288 Wh großen Akku abnehmen. Dadurch halbiert sich die Leistung und das Gewicht natürlich. Und das ist perfekt geeignet für Touren, bei denen man jetzt nicht so eine große Powerstation braucht oder in dem Fall viel Strom benutzt. Nachdem wir jetzt die Ecoflora von allen Seiten beleuchtet haben, kommen wir jetzt zu den Vor- und den Nachteilen. Anfangen möchte ich mit den Nachteilen. Verärgert hat mich vor allem die unnötige Anmeldung in der App. Das ist aus meiner Sicht absolut nicht notwendig, aber wir kennen es ja nicht anders. Das dient vermutlich nur dem Zweck, Daten zu sammeln und den Kunden zu verärgern. Der zweite Punkt ist etwas komplexer, da es zugleich ein Vorteil und ein Nachteil ist. Der entnehmbare Akku ist hier mit vier Schrauben festmontiert. Zwar wird ein Schraubendreher mitgeliefert, jedoch hatte ich mir hier ein Schnellwechselsystem gewünscht, was den Akku jederzeit einfach so entnehmen oder wieder montieren lässt. Die entnehmbare Leistung war mir auch etwas zu gering. In meinen letzten Videos sprach ich immer von 85 bis 90 Prozent. Wir liegen jetzt hier bei 87 Prozent. Das ist okay, aber hier ist Ecoflow einfach noch ein bisschen zurückhaltender. Ja, schont natürlich auch irgendwie den Akku. Die Vorteile machen aber alles wieder wett. Die App ist funktional und ohne Fehler. Der X-Boost ist eine super Erweiterung. Der River macht die Power Station natürlich unverzichtbar. Gerade beim Camping ist es sehr viel wert, einen Föhn für seine Haare nutzen zu können. Die Verarbeitung ist super hochwertig, der Lüfter ist absolut leise und der abnehmbare Akku ist die Revolution natürlich überhaupt. Wie ich finde, ein absolut gelungenes Produkt, was Ecoflow hier wieder mal abgeliefert hat. Mein Dank geht heute natürlich an Wattstunde für die Erfahrung mit der River Max und vor allem an euch, dass ihr bis jetzt dran wart und meinen Test verfolgt habt. Schaut auf jeden Fall gerne bei Wattstunde vorbei. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung nochmal. Jetzt habe ich aber heute genug geredet. Ich bin raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Über einen Kommentar oder eine Bewertung freue ich mich natürlich. Ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.